Einen schönen guten Abend Matthias Stolz. Guten Abend. Sie kennen Sebastian Kurz seit vielen Jahren, haben ihn einst sogar als Rhetorik-Trainer gecoacht. Waren Sie eigentlich von seiner Wortwahl in den Chats, die wir ja alle kennen, überrascht? Von der Wortwahl nicht. Vom Umstand, dass sie es wirklich in Schrift gießen, das halte ich für nicht sehr professionell. Beziehungsweise die haben sich so sicher gefühlt, dass ihnen das einfach egal war. Aber die Wortwahl hat Sie nicht überrascht? Warum nicht? Nein, die Geisteshaltung war bekannt. Also ich habe ja 2016 auch mit Sebastian Kurz verhandelt. Damals stand im Raum, ob wir eine gemeinsame Plattform machen. Er war damals inhaltlich noch woanders, muss man auch dazu sagen. Ich war ein Fan von ihm, an und für sich als Staatssekretär für Integration. Ich fand die Arbeit, die er damals machte, die war gut, wichtig für Österreich. Und so kamen wir auf die Idee, die Irmgard Gries, Sebastian Kurz, ich, ob wir gemeinsam eine Plattform machen. Diese Verhandlungen habe ich im Spätharbst 2016 abgebrochen, als ich aus diesem Erleben heraus erkennen musste, das ist nicht integer. Hier will eine Klick von Typen einfach nur Macht. Die haben keine Idee, wo sie das Land hinführen wollen. Das ist völlig beliebig, sondern die wollen einfach eine Karriere. Hat es irgendein Schlüsselerlebnis gegeben? Da gab es mehrere Schlüsselerlebnisse, aber das will ich gar nicht großartig auspacken. Von Seiten der ÖVP wird ja immer argumentiert, alle Leute haben solche Chats am Handy und keiner will das in der Öffentlichkeit sehen. Haben die nicht recht? Hat nicht jeder von uns so etwas am Handy? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube insgesamt, diese Diskussion oder dieses Argument, das man immer wieder hört, die sind doch alle so. Da leide ich wie ein Hund. Ich bin kein Politiker mehr, will auch in diesen Tagen keinen spielen. Aber ich bin ein Bürger. Ich bin ein Publizist, Autor. Ich bin ein Vater. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um dieses Land. Natürlich ist es menschlich, einmal zu sagen, da geht man auf den Socken, da geht man am Arsch und so weiter. Aber diese perfiden Geschichten, also am Montag Hochglanzfotos mit den Spitzenvertretern der katholischen Kirche zu machen und am Dienstag sitz kalt zu erpressen. Welches Bundesland kann ich aufhetzen? Über Leute, die irgendwo in Wien bei einem Magistrat stehen, zu sagen, das ist der Böbel, das sind die Tiere, das ist kein Standard. Und das soll man uns auch nicht einreden lassen. Und das versaut auch irgendwie unsere Gemeinschaft. Das sage ich als Vater. Was wollen wir denn unseren Kindern sagen, wenn sie sich illegalen oder moralisch verwerflichen Dingen zuwenden? Die würden uns sagen, aber das machen doch alle so. So und nur so hat man doch heute Erfolg. Und davon müssen wir uns schützen als Gesellschaft, finde ich. Und deswegen sind die in der Pflicht, hier jetzt zu weichen. Sie haben diese Woche, wir haben es vorher gesehen, einen Kommentar online gestellt von Ihnen, den Sie 2017 veröffentlicht haben. Nämlich am Tag, an dem Sebastian Kurz ÖVP-Chef wurde. Da haben Sie davon geschrieben, dass seine Methoden nicht okay sind. Seine Haltung ist falsch. Wussten Sie damals offenbar viel mehr als wir? Naja, manches war offensichtlich. Manches hatte ich einen Informationsvorsprung aufgrund der Nähe im Jahr davor. Ja, möglicherweise. Und das ist mein Job. Ich bin systemischer Coach, Organisationsentwickler. Also jeder kann was. Jetzt sage ich mal, ein Tischler schaut auf einen Tisch und auf eine Einbauküche anders als wir beide wahrscheinlich. Das heißt, ich schaue auf Politik und auf Sozialkontexte auch anders, weil das ist meine Profession. Also keine Ahnung, die Schwangere sieht überall Schwangere. Der BMW-Fahrer überall BMWs. Ich habe heute noch keine Schwangere und keinen BMW gesehen, aber ich bin mir sicher, Sie sind mitten unter uns. Ja, ganz bestimmt. Sie haben ja auch ein Gastkommentar diese Woche geschrieben im Standard, wo Sie sich ziemlich sicher sind, dass Sebastian Kurz nicht mehr Kanzler wird, dass es ihm nicht gelingen wird, zurückzukehren. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil es einfach nicht mehr ausgeht für ihn. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute. Ich will ihm da keine Steine nachschmeißen auf einer menschlichen Ebene. Nein, die Strafe wird groß genug sein. Wir sind hier in einem Prozess, der sich über einen Monat erstrecken wird. Das ist ein Prozess des Abschieds der ÖVP von Sebastian Kurz. Natürlich kann man den nicht über Nacht veranstalten, es sei denn, es gibt ein Foto, wie er goldene Löffel gestohlen hat. Die gibt es nicht, aber es liegt so viel am Tisch. Aus meiner Perspektive werden natürlich einige seiner ganz engen Mitstreiter ins Gefängnis wandern. Aus meiner Sicht wird es auch gegen ihn eine Anklage geben. Es liegt am Tisch, dass hier Dinge passiert sind, wo man nicht auf die Aufarbeitung durch die Gerichte arbeiten muss, sondern das ist einfach so offensichtlich, dass wir über die politische Verantwortung heute schon reden müssen. Und es werden sich immer mehr von ihm abwenden in der ÖVP. Und ich glaube, das Beste, was er tun könnte, ist, dass er vor Weihnachten noch einen Abgang macht, weil er wird sich auch nicht halten können als Parteiobmann und auch nicht als Klubobmann. Wenn er das nicht macht, dann landet es in der Spaltung, ähnlich wie bei der FPÖ mit Strache. Das ist die Ratten, sich vor Weihnachten zurückzuziehen. Schon, ja. Das ist das Beste, was er für Österreich machen kann, für die ÖVP, für sich persönlich. Ich wünsche der ÖVP nichts Schlechtes. Ich bin erstens ein Bürger und jetzt nicht mehr Politiker, zweitens bin und bleibe ich ein Parteigründer. Man weiß, wo ich hinköre, aber ich wünsche auch der ÖVP nichts Schlechtes. Ich glaube, dass Österreich sogar eine vitale, intakte ÖVP braucht, weil ich erinnere an das Szenario in Italien, als die Christdemokraten weggebrochen sind, auch nach Skandalen, nach einer Spaltung und dann kam Berlusconi. Also das Vakuum, das aufgeht, könnte sich mit grobem Nonsens füllen. Das ist völlig offensichtlich und das würde ich gerne Österreich erspart sehen. Sebastian Kurz sagt ja immer, er ist unschuldig, er will das auch beweisen. Sollte ihm das gelingen und sollte sich sozusagen entgegen ihrer Erwartungen die Verdachtslage nicht erhärten, hat er da nicht ein Recht zu sagen, ich komme wieder zurück? Das Recht hat er immer, ich kann ihm da nichts vorschreiben. Es wird sich nicht ausgehen. Aus meiner Sicht kann er von Glück sprechen, wenn es sich ausgeht, dass er nicht strafrechtlich drankommt. Ich glaube auch, es werden noch mehr Dinge auf den Tisch kommen. Aber das ist moralisch eine Verluderung, die einfach, das ist unterm Hund, das geht sich nicht aus. Das ist einfach verlogen. Von der privaten Lebensführung bis zur Inszenierung des Kanzleramts ist alles eine Kunstfigur. Und die Menschen werden das sukzessive auch erkennen. Und immer mehr erkennen es schon. Und natürlich werden die Menschen auch realisieren, dass sie anklogen worden sind. Und da wird sich sehr viel Aggression gegen ihn entladen. Und das wünsche ich ihm persönlich gar nicht. Sondern deswegen sage ich, übersehe den Punkt nicht, wo du noch mit halbwegs erhobenem Haupt aus der Arena gehen kannst. Was meinen Sie damit? Die private Lebensführung ist inszeniert? Auch da will ich nicht einsteigen, das ist privat, aber es ist einfach, nehmen wir zum Beispiel die katholische Kirche. Also auf der einen Seite so tun, als wäre man hochkatholisch hinterrücks höchste Kirchenvertreter erpressen wollen. Das spricht schon Bände. Und weiter will ich gar nicht gehen. Okay. Sie haben in diesem Kommentar auch geschrieben, im Zusammenhang mit diesen Chats haben Sie das genannt, überhöht erotisch geladene Chats. Was meinen Sie denn damit? Na, ich liebe meinen Kanzler und Bussi-Bussi und du bekommst eh alles, was du willst. Also zwischen diesen Buben der Diskurs und der Austausch, der hat immer eine erotische Note gehabt, auch wenn man drauf schaut. Und sollen es machen, was sie wollen, aber wenn Politik, Spitzenpolitik an oberster Stelle in der Republik quasi zur Befriedigung persönlicher Bedürftigkeiten veranstaltet wird, zur Befriedigung des persönlichen Egos, dann ist es zu wenig. Jeder von uns hat ein Ego. Aber ich erwarte mir schon auch ein Mindestmaß an Idealismus und nicht nur Karriereorientierung, Machtorientierung. Und man sieht es ja jetzt auch. Plötzlich will man Thomas Schmid nicht mehr gekannt haben, obwohl man eigentlich intim war und wandern war und was ich was alles. Und wenn es eng wird, wirft man ihn vor den Bus. Das ist einfach keine Art. So etwas wollen wir, glaube ich, nicht in unserem Land, dass so etwas einfach mehrheitsfähig wird. Weil das ist so ein beschissenes Klima, in dem zu leben, finde ich. Jetzt haben wir die alte Regierung mit neuem Kanzler, türkis-grün. Wie lange, glauben Sie, wird sich das ausgehen? Wird das bis zum Ende der Legislaturperiode halten? Bumm. Nein, geht es hier nicht aus. Jetzt macht es für beide Seiten und für alle Parlamentsparteien sehr viel Sinn, dass nicht nächste Woche das gesprengt wird und man in neue Wahlen geht. Weil alle sich einmal zuerst sammeln müssen. Weil auch die Grünen ein großes Interesse daran haben, dass nicht sofort gewählt wird. Also, es gibt gute Gründe, warum sie sich noch zusammenraufen können für das eine oder andere Projekt. Das auch Sinn macht, möglicherweise. Ich glaube, es macht Sinn, das Budget noch zu verabschieden, wie jetzt gerade unterwegs. Es macht Sinn, diese Steuerreform noch durchzubringen. Da kann man damit zufrieden sein oder nicht. Aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt, jedenfalls, finde ich. So, und dann wandern wir ins nächste Jahr hinein und dann fehlt die wichtigste Grundlage für eine gemeinsame Beziehung, privat wie auch in der Politik. Es braucht ein Mindestmaß an Vertrauen. Hand aufs Herz. Ich meine, ist hier Vertrauen noch da als Geschäftsgrundlage? Nein. Deswegen ist es ein wechselseitiges Belauern, Misstrauen und das geht sich nicht aus für Jahre, sondern es ist damit zu rechnen, dass das halt im nächsten Jahr in die Brüche geht. Das heißt, Sie glauben, wir wählen nächstes Jahr neu? Davon ist auszugehen. Sebastian Kurz hat sich für diese letzten Chats jetzt nicht öffentlich entschuldigt, haben viele kritisiert. Warum glauben Sie, hat er das nicht gemacht? Wäre das ein Schuldeingeständnis aus seiner Sicht? So tickt er, das macht er prinzipiell nicht, wobei er und der Ethikrat gleichermaßen der ÖVP ja behaupten, sein Facebook-Video war eine Entschuldigung, soll jeder selbst entscheiden. Er ist auch, und dafür habe ich jedes Verständnis, er ist in einer ganz schwierigen Situation. Der Kampf ist relativ aussichtslos. Nur wenn er nicht kämpft, hat er ihn schon verloren. Verloren aber völlig zu Recht. Und da steige ich auch wieder in die Schuhe von einem Vater. Wir müssen ja unseren Kindern und Jugendlichen was mitgeben, auch an Lebenshaltung. Und was ich ihnen mitgeben will, und ich glaube, jeder Elternteil ist, also was wir lernen können aus dieser ganzen Episode, es kommt nicht darauf an, ob ich gewinne, sondern wie ich gewinne. Und wenn ich halt sage, Manipulation, im Raum stehen ja Korruption, mutmaßlich stehen natürlich… Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung, ist mir klar, aber die Verdachtslage ist erdrückend. Die Frage ist nur, kann er sagen, ich habe davon nichts gewusst. Ich weiß, wie das Getriebe aufgestellt war. Das war ein Kreis von fünf, sechs, sieben Leuten, und die haben alles miteinander gemacht, und alle anderen waren außen vor. Aber vielleicht kommt er vor Gericht damit durch, würde mich wundern, weil die Staatsanwaltschaft ist ja auch nicht auf den Nudelsuppen dahergeschwommen. Allein die 104 Seiten sind schon erdrückend, die am Tisch liegen. Das heißt, das ist hartes Strafrecht. Da geht es nicht irgendwie um, sondern das ist Häfen. Das ist Gefängnis. Und dafür werden Leute aus meiner Sicht ins Gefängnis gehen. Ob er da dabei ist, das ist eine andere Frage. Er sagt, er ist kein Schattenkanzler. Wie sehen Sie das? Naja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Denn das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Der Herr Scheinberg hat in den ersten Tagen natürlich nicht jetzt irgendwie sich so dargestellt, als würde er sich emanzipieren wollen. Aber das kann man auch von ihm nach menschlichem Ermessen nicht erwarten. Warum nicht? Weil das ist ja gar nicht einfach. Der Typ kommt jetzt in einen Arbeitsalltag, der geht einfach von sechs bis zwölf jeden Tag. Der kommt keine fünf Minuten dazu, einmal durchzuatmen. Und wenn ja, hat er Zahnbürsten im Mund hoffentlich und muss sich halt auch nach Alltäglichem widmen. Das heißt, er kommt gar nicht, wenn man so will, zur intellektuellen Niederkunft. Der kommt gar nicht zum Nachdenken. Ich hoffe und glaube, dass er sich möglicherweise in drei Monaten für seine ersten Tage geniert. Wie blind er da hinein marschiert und eigentlich als Bundeskanzler der Justiz ausrichtet. Naja, er hat sich eh entschuldigt einmal, wie er die 104 Seiten am Boden geräumt hat. Das ist daneben. Aber schauen wir mal. Ich glaube, man muss ihm auch die Chance geben zur Emanzipation. Wenn er nur Marionette wäre, dann ist er auch weg in wenigen Monaten. Das geht sich nicht aus. Das geht sich für die ÖVP nicht aus. Weil es sich für das Land nicht ausgeht. Jetzt ist der Rücktritt von Sebastian Kurz genau eine Woche her. Waren Sie mit ihm eigentlich in Kontakt seitdem? Ich habe ihm eine SMS geschrieben, bevor er zurückgetreten ist. Was ist da drin gestanden? Aus alter Verbundenheit. So wie ich sehe. Mach Platz. Es ist vorbei. Ich wünsche dir persönlich alles Gute. Das meine ich von Herzen. Der hat ja was auch zu erledigen. Wird gerade Vater. Da ist ja nicht so, dass er jetzt im luftleeren Raum ist. Hat er geantwortet? Nein. Der wird viele SMS'n kriegen. Und wenn ja, ist er vorsichtig. Wir antworten, nehme ich an in diesen Tagen. Mir ist nur wichtig, ich will immer auch die menschliche Dimension sehen. Das war mir auch beim HC Strache wichtig. Ich habe damals, also auch bei Ibiza mitgelitten gewissermaßen, obwohl ich natürlich, haben die weggegangen, die Burschen. Aber es gibt immer auch eine menschliche Dimension. Und wenn man in die Schuhe von den Betroffenen steigt, dann sind das sehr tragische Tage. Selbstverschuldet. No mercy. Kein grobes Mitleid. Aber Mitgefühl darf man haben. Das ist nicht einfach. Was macht Sebastian Kurz in einem Jahr, glauben Sie? Ich glaube, dass er im Ausland sein wird. Und zu den Prozesstagen nach Österreich zurückkommt. Matthias Strolz, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.